Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Limbo weiter und wir befinden uns gerade auf einem komischen Dach. Als kleiner Junge? Wie kommen wir denn da hin? Also schon ein bisschen verstörend. Jetzt schauen wir mal. Oder beziehungsweise befinden wir uns auf Decher. Weil ich glaube es sind einfach mal mehrere. Okay, ich habe das Gefühl, wenn wir darauf landen, werden wir gegrillt. Ach, ich kann da runter. Ich muss erst mal gucken. Da rechts ist der Generator. Da komme ich aber jetzt einfach so nicht rüber. Das H, das T und das E sind nur an. Wobei das Tier die ganze Zeit dran ist. Ich weiß nicht, ob wir da rüber springen können. Aber das ist doch viel zu... Ja. Viel zu groß, wollte ich sagen. Gibt es denn da irgendwas, was wir uns noch so holen können? Nee, da haben wir ja nur die Stamme. Ich wollte mich eigentlich richtig beeilen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ah! Ich bin definitiv zu langsam oder es klappt nicht? Zapp! Hoch! Zapp! Oh nein, okay. Keine Chance. So komme ich nicht an mein Ziel. Ich müsste am besten diese Stange dann mitnehmen. Oder... Das ist das Ding da? Nee. Jetzt die Frage, wie komme ich denn da hin? Das Ding da hin? Fals! Fail! Kann ich denn nicht da irgendwie was noch so finden, abmachen, irgendwie? Hm. Toll. Ich springe da einfach wieder nah. Ich habe vergessen, dass da unten das Wasser ist. Okay, was habe ich für Möglichkeiten? Aufs Haar zu springen? Klappt nicht. Aber das muss doch irgendwie klappen. Oh. Ich glaube, ich brauche wirklich den richtigen Moment. Kommt die aus, kommt die aus hier. Aber ich bin zu langsam. Ah. Fast habe ich es geschafft. Ja toll, jetzt geht es hier an. Ich hole mich. Ja. Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ich komme dich halt an. Komm, geh aus. Ja, geh aus. Bleib aus. Ja. Ja, ich hab's... Wo-o-o-o-o-o-o-o-o. Ach, da unten ist ein Seil. Wie komme ich dann dazu rüber? Boah, das tut schon jetzt echt weh, ne? Bitte nicht mehr das Haar. Bitte, 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 bitte. Nein. Das geht eh gleich an, ja. Boah, das war gerade der größte Reinfall überhaupt, dass dieses... Oh Mann, warum bin ich immer tot? Ah, ich war zu langsam. Ja, so geht es immer an, das ist so gemein. So. Schaukeln hier, weil ich will keinen Tod provozieren. Jee-haa. Und zurück. Und vor. Und Spung. Jetzt kann es zumindest gerade nichts mehr grillen. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr, sehr guter Anfang. So. Hotel. Boah, das ist gemein. Kann es sein, dass ich sogar nach unten muss? Das sah jetzt schon fast so aus, ne? Aber da muss ich halt auf dem Fall stehen bleiben. Jetzt probiere ich es mal aus und bleib dann einfach auf dem Fall stehen. Und versuche nicht weiter zu spüren. Also so gut wie der kleine Knopf der Knettern... Knettern. Klettern kann. Würde ich das auch gern können? Okay, wir mussten wohl doch nicht runter. Ja, warum geht ihr denn nicht in Häuser rein? Und wo soll ich hin? Oh, oh. Ich bin auf einer Glaskuppel. Das sah mir jetzt gerade echt sehr nach... Ich stürze ein aus. Drum habe ich das jetzt gelassen. Oh, wie cool. Aber ich komme irgendwo hin. So, wo kann ich denn das Teil denn gebrauchen? Du, 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 bringt halt mal nichts. Und ich hab mal auf das Glaskuppel. Ah. Wenn ein kleiner Sprung. Ah. Okay, es rollt ja ziemlich stark, ne? Jetzt nehme ich mir den Wagen, ziehe den wieder nach oben. Auf diesen kleinen Berg hier. Und dann... Und vielleicht auch mal richtig abspringen. Aber okay. Idee richtig. Umsetzung scheiße. Gibt auf jeden Fall Abzüge in der B-Note. Ähm. W-w-w-w- Hallo? Was machst du denn da? Ich wollte doch... Und ich sterbe. Yeah. Wuhu. 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 Das war jetzt reine Intuition, die echt mal funktioniert hat. Wuhu. Wuhu. Ja, soll ich jetzt erst nach rechts oder nach links laufen? Den... Theoretisch ja immer... Na, 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 na. Dieses Scheißviech will ich nicht schon wieder auf meiner Birne sitzen haben. Gehen wir doch mal nach links. Oh. arbeitssicherheit ist das wichtigste im mensch kann ich denn jetzt einfach den helm aufziehen dann dürfte mir doch eigentlich nichts mehr passieren was ist das denn vor allem warum falle ich von einem dach und bin noch mal da sehr strange kann jetzt von da irgendwas mitnehmen irgendwas will nicht ja dann gehen wir doch einmal zumal also wenn ich fall dass du nach links drückt geht die natürlich schneller und wenn ich loslässt gibt es einfach automatisch jetzt brutzelt sie wieder da ändert sie ihre meinung jetzt habe ich auch verstanden warum wir das wegräumen mussten wenn die mario von seinem kopf das läuft wie einfach strange geradeaus und nicht mehr zurück und haben mir das vorher machen müssen einmal gucken was da passiert okay keine ahnung hä ok hä ok hä ok hä ok wo man dann schlaf wandelt was in den zeichentrick filmen soll es ist eine falle das ist keine ich springe einfach mal drüber hier als ob kollegen bist du krass ist das mal krass wo die an schlaf wandeln und dann auf einer baustelle aufwachen und das dann ganz komisch ist ich hätte darauf steigen sollen ja hallo 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 okay das darf ich ganz langsam ist ich werde mich gerade bewegen komm schon fall doch jetzt runter fall mir hat es die füße weg gehäckselt okay wieder ganz langsam wieder gegen an kämpfen jetzt fall doch runter wow nein nein danke Oh, es ist laut, jetzt muss ich da drüber kommen. Okay, das Timing war gut. Ja, es ist mir jetzt schon klar, dass wir die ganze Strecke wieder zurück müssen. Hä, wie soll ich denn? Hä? Habe ich jetzt irgendwas übersehen, wo ich lang muss oder so? Oh. Okay, ich muss nochmal Anlauf nehmen und vor dem Karacho wieder drauf springen. Hä? So, jetzt biegt es sich so ja ein bisschen nach vorne. Und jetzt ändert es auf einmal wieder diese waagerechte Position. Ja, keine Chance. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Also, ich muss ja da hochkommen, weil nach rechts geht es ja nicht mehr. Seil kann ich auch nicht hoch. Ist ja doof. Nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Ich weiß halt nicht, wie krass da die Steigerung noch ist. Und nach rechts. Und nach links. Und ich glaube, es gibt gerade keine Steigerung mehr. Und der ist halt mal nicht gesprungen. Aber okay, jetzt weiß ich zumindest die Technik. Dann nach links. Dann nach rechts. Es geht jetzt ewig hin und her. Ich dachte, vielleicht springt, äh, hilft das Springen hier. Aber ich glaube, da habe ich keine Chance. Ich denke mir immer, ja, jetzt springe ich und dann. So. Ich springe noch einmal nach rechts. Beziehungsweise tue ich nur so. Ja, okay. Das war hilfreich. Und da muss ich sicher wippen, weil ich das schon sehe. Ich bin stolz auf mich, bin stolz auf mich. Yeah, yeah, yeah. Okay. Jetzt sind wir ja da. Das ist jetzt ein richtig schönes Level, kann man das so sagen. Weil ich jetzt einfach mal nicht gnadenlos verrecke. Das ist dann doch schon ganz angenehm auch. Ich weiß gar nicht. Okay, da hoch komme ich nicht. Hm. Ich muss ja irgendwie dieses Ding da unter mir nach oben kriegen. Aber das soll ich wieder da hoch? Das kann ja auch sein. Dass ich ganz nach oben muss. Kann ja auch sein. Okay, irgendwie. Okay. Da komme ich irgendwie nicht hoch. Okay. Wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich tierisch, wenn ihr da wieder dabei seid. Also bis dann. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss. Tschüss. Tschüss.